Musik 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 Schon Jesus sprach, es werde Licht, doch er fand den Schalter nicht. Scheiße, aber es wurde sogar. Was? Scheiße, aber es wurde sogar. Sagt man nicht, ne? Sagt man nur. Sagt man nicht. Scheiße. Scheiße. Sagt man sowas. Sagt man nicht. Hier nicht. Sagt man nicht. Hallo, Borkheide. Hallo, Welt. Da sind wir wieder, der komische Matze. Und der... Lutze. Lutze. Bist du komisch, ne? Was? Bist du krank? Nö. Na, noch was. Du hast so gläserne Augen. Ja, ich habe genau gläserne Augen wie du. Jetzt nicht mehr. Ah, ja. Okay. Ja, also es hat nichts mit Alkohol zu tun. Vorhin hat die Arbeit wegen dir angerufen. Habe ich gesagt, du rufst zurück, ne? Bei mir? Die Arbeit angerufen, glaube ich nicht. Wegen mir? Niemals. Macht die nicht. Guten Tag. Guten Tag. Wetter haben wir draußen. Findest du das nicht auch komisch, dass du immer in dieses schwarze Loch da guckst? Das nennt sich Kamera und du denkst, da hinten sind Leute? Ich guckte aus dem Fenster, das ist ein blauer Himmel. Habe ich toll gemacht, ne? Ja, das ist fein gemacht. Das hast du richtig fein gemacht. Da haben wir übrigens schon mal drüber geredet mit irgendjemand vor kurzem, weil du zu mir eigentlich wetterverantwortlicher bist. Und für jedes Wetter, was dir kommt, auch verantwortlich gemacht werden kannst. Mach doch. Aber wir haben Trauer, hast du gesagt? Warte, ich muss ein anderes Gesicht aufsetzen. Und warum? Die Brauereien. Was mit den Brauereien? Das Bier wird schlecht. Ja, und? Da kann man doch helfen. Sag doch Bescheid. Wir opfern uns. Ja, ich nicht. Ich bin nicht so ein Biertrinker, aber ich trinke natürlich Whiskybier oder so ein Zeug. Bäh. Wein. Wird Wein auch schlecht? Später, nach drei bis vier Jahren. Also wir helfen den Brauereien beim Umtrunk. Sagt Bescheid. Muss nicht so weit kommen, dass das Zeug weggeschüttet wird. Das wäre echt schade. Zumal es stinkt aus den Gullis, immer der Bier drin rumschwebt. Die Kläranlagen, was die alles. Okay, lange Rede, kurz einen Gruß der Woche. Wer ist denn heute dran? Wen haben wir denn hier? Na, schaut euch den mal an. Ja, liebe Sportfreunde. Ich möchte heute den Gruß der Woche beim Borkheiler News TV an alle Mitglieder des Borkheiler Sportvereins richten. Haltet durch. Wir hoffen, dass wir bald wieder, speziell die Fußballer, uns auf dem Platz treffen können. Die Linedänzer ihren liebten Tanz wieder ausüben können. Die Badmattenspieler, auch die DLRG, die Schwimmer irgendwo vielleicht wieder ihre Kurse machen können. Ja, ich bin voller Optimismus. Wie gesagt, bleibt alle Mann gesund. Ich hoffe, wir sehen uns bald in aller Frische. Bis dann. Ja, tolle Sache, Hartmut. Finde ich cool. Ich habe mal frisch aus der Badewanne gezogen. Ja, und ich schätze mal, hoffentlich geht es bald los mit dem Fußball und dergleichen mehr. Sonntag ist schon immer lange Weile. Wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Genau. So, wir waren vorhin eben gerade bei Bier gewesen, lieber Matze. Apropos Bier. Gaststättenmucke. Ja, mittlerweile ist es soweit, dass die Künstler sich schon auf die Tour machen und vor den Gaststätten auch mal ein, zwei Lieder spielen, um auf die Situation der Gaststätten hinzuweisen. Ähm, ja. Ja, kurz vorm Fliegerheim. Wir haben eine Mucke abgezogen und die waren nicht nur im Fliegerheim, die sind hier rundherum, Belzig, Beelitzbrück. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo die bei waren. Da haben sie jemals immer so fünf Minuten, zehn Minuten Ständchen gebracht und sind weitergezogen zur nächsten Gaststätte. Ja. Aber im Hotel Fliegerheim war keiner weiter da. Jetzt darf man ja auch keine große Wärmung machen, wenn jetzt hier zwei Leute aufreden. Dann kommt alle, schaut zu und dann stehen wieder 100 Leute zu nah dabei. Weil es wird Zeit, dass sich da was ändert. Okay, wir hoffen, dass die Gaststätten demnächst bald wieder aufmachen können. Die Friseure dürfen ja schon auf, Friseurinnen, Friseure-Pinktchen-Innen oder wie das heißt, ist egal. Friseurinnen. In den Gaststätten war ja wohl genug Abstand gehalten und dort war man weniger an dem Kunden dran, als bei den Friseuren, Massagerinnen oder wie die heißen. Ich habe mir schon meinen Bart draufherben lassen. Ich sage dazu jetzt nichts mehr. Der Bart, der geht ihm schon aus. Der hat hier hinten schon nichts mehr, der geht ihm jetzt schon aus. Was das jetzt hier ist, in dem Video, darüber reden wir heute noch nicht so viel, nur so viel. Es kommt demnächst noch ein kurzes Interview und Informationen dazu. Da läuft das Wasser ab, wenn man da Löcher macht, sag mal. Im Wald. Im Wald. Was da los ist. Das wird doch noch trockener, oder? Gucken wir uns mal an. Kommt später nochmal ein Thema dazu. Wir waren erstmal dabei gewesen. Wir machen da noch ein Interview. Da suchen wir noch unsere Interviewpartner. Das ist manchmal nicht so einfach, die alle in so kurzer Zeit zusammenzuklopfen. Geht auch nicht. Wir sollen die auch nicht schauen. Nee. Wir kriegen das hin. Wir bringen dazu nochmal was. Nee, das Thema erwähnen wir auch noch nicht, was da gelaufen ist. Machen wir später. So, Matze. Und dann kam ja zu unserem Thema hier, Fernsehturm in Borkheide, noch ein Foto. Genau. Oder du machst mal hier elektronisch rein, bitte. Genau, hier ist es nochmal. Ihr habt gesehen, hier gibt es noch ein Bild. Da fehlt aber die Senderantenne. Die war noch nicht drauf. Das Ding war noch nicht fertig. Und da stand tatsächlich sowas wie so ein Fernsehturm. Nee, das war kein Fernsehturm, oder? Nein, das ist ein Wasserturm, Zwischenspeicher. Genau. Haben wir von der Frau Pollack bekommen ein Foto. Und zwar Wasserturm war das gewesen. Ja. Ja. Sag dich doch. Habe ich doch gesagt. Hast du gesagt? Ja. Das ist ein Wasserturm. Könnt ihr euch noch erinnern? 95, 96? Da stand es. Ich kann mich da noch richtig gut dran erinnern. Ach, da war ich noch gar nicht in Borkheide. Du vielleicht? Nein, das war kurz zuvor noch. Genau. So. Wobei ich habe... In zwei Jahren habe ich 20-Jähriges hier in Borkheide. Ich glaube, du hast mal in den Spiegel geguckt. 20-Jährige, du. Grau, grau, gefärbter Bart. Also ich meinte 20-Jähriges hier sein. Hast du nicht gesagt? Doch. Okay. Ja. 20 Jahre? Was machen wir dann? Hoffen, dass diese Seuche vorbei ist. Und dann werden wir endlich mal irgendwann deinen Plan durchziehen, dass wir uns mal auf den Marktplatz treffen und ein paar Tische hinstellen. Dann bringt jeder eine weiße Tischdecke mit. Jeder bringt was zu essen und zu trinken mit. Ja, das ist schön. Das machen wir nämlich, wenn die Seuche vorbei ist und dann stellen wir eine schöne Kamera oben hin und machen so eine Zeitrafferaufnahme. Und jeder darf Essen und Trinken mitbringen. Und dann machen wir ein ganz großes weiße Tafel. Ein Sit-in sozusagen. Warte mal, wir gucken mal. Wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit. Die Planen haben wir schon seit zwei Jahren, aber das ging nicht bis jetzt. Zumal der Marktplatz sich dafür richtig anbietet. Eine lange weiße Tafel. Okay. Wetter. Wir sind natürlich, wir quatschen nur so viel dummes Zeug, weil wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Aber Wetter. Matze sagt Schnee voraus. So, nur zu quatsch, das dumme Zeug und ich versuche es wieder gerade zu holen. Schnee? Ich weiß gar nicht, wo du Schnee siehst. Ja. Wieso? Bei 10 Grad schneid es nicht. Guck mal hier, das geht richtig in die Minusgrade runter. Zweieinhalb Grad. Also Donnerstag gibt es ein paar Niederschläge. Ansonsten scheint die Woche relativ viel die Sonne. Freitag, ja, ab dann, ab nach Donnerstag wird es wieder ein bisschen kälter. Aber 5 Grad tagsüber und leicht unter Null auch in der Nacht. Wir haben März. Ja, wie lange? Ist Winter, Wintermonat. Nee, das ist Frühlingsanfang noch im März. Ich kann mal froh sein, dass ja nicht jeden Tag Schneechaos ist und hier, man laufend von der Straße runterfällt mit dem Auto, wobei man fährt ja kaum noch Auto. Außer die, die wirklich auf Arbeit fahren müssen. Ist ja nicht so wie du. Fällst aus dem Bett und sitzt hier den ganzen Tag. Meist sitzen am Schlafanzug. Als es heute so aussieht, ist es wieder Zufall. Man hat ja sonst nichts zu tun. Ich will ja Held werden. Couchpotato. Held der Arbeit. Weißt du, wie anstrengend das ist? Ich habe das tatsächlich am Wochenende probiert, mal den ganzen Tag auf dem Sofa zu liegen. Hat nicht funktioniert. Nee? Nee, meine Frau war immer in meinem Nacken und die Arbeit hat gerufen. Iris hat gesagt, Lutze, sieh zu, mach Liegestütze. Und dann hat er gesagt, liegen geht, Stütze nicht. Macht mal nach, Leute. Legt euch mal den ganzen Tag aufs Sofa. Weil ihr euch tut alles weh, zeig euch jetzt schon. Das funktioniert nicht. Also so ein Heldentum ist uns höchstwahrscheinlich nicht gegeben. Aber das war es auch schon wieder an Dummheiten für diesen Montag. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Haben wir da wieder ein Thema? Stimmt, ne? Nächsten Montag? Wetter. 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 Ich glaube, ich schmeiße den Matze jetzt wieder raus. Versuche das Zeug zusammenzuschnibbeln, was wir ja gerade gemacht haben. Bleibt alle schön gesund. Ich gehe jetzt joggen. Nach vier Jahren gehe ich endlich mal wieder joggen. Wenn du es warst joggen, dein Bauch ist weg, den hatte ich. So, das ist doof. Jetzt drehen wir das mal wieder rum. Du bist lustig. Ich fange jetzt wieder an. Das will ich sehen. Vier Jahre Pause reicht. Joggen. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich im Mai, am 1. Mai, Weibatlauf zu starten. Das wäre cool. Aber wir werden sehen, was bis dahin passiert. Die Planungen müssen ja im März beginnen. Und solange wir noch nicht mal ansatzweise alle Läden aufhaben, weiß ich nicht, ob wir das erste Sport-Event hier in Borgheide sind, was starten wird. Okay. Wir machen hier einen Break. Wir sehen uns bis dahin. Alles Gute für euch. Wie immer vor der Kamera. Matze und? Lutze. Und tschüss. Haben wir eigentlich jetzt länger als zehn Minuten, Schatz? Nee, zwölf. Und halt. Und halt. Und halt.